Ja, hallo, ich stehe hier, weil ich aus meinem neuen Buch vorlesen will. Es heißt der Duft von Glück, Selbstbegegnung im Spiegel der Jahreszeiten und es geht um den Frühling. Womit wir auf unserem Spaziergang durch die Jahreszeiten beim Frühling wären, diesem Freudentanz der Natur, diesem kollektiven Rausch, bei dem jeder Baum und jede Hecke ein Strauß von Blüten ist. Und da wir ihn feiern, uns ergötzen wollen an seiner lebendigen Fülle, seiner unbändigen Kraft, verabreden wir uns mit einer seiner schönsten Botschafterinnen. Im luftigen, zartrosa Kleid kommt sie daher, leichten, heiteren Schrittes, eingehüllt in eine süß duftende Wolke. Wie gemalt sieht sie aus. In Japan wird das Ereignis dieser so besonderen Blüte als Hanami gefeiert, als Kirschblütenfest. Die Schönheit dieser Pracht ist sprichwörtlich, ihr mädchenhafter Zauber atemberaubend. Und deshalb gönnen wir uns das Vergnügen einer Begegnung. Schon von Weitem zieht uns der Anblick der blühenden Bäume magisch an. Und kaum stehen wir in ihrem lichten Schatten, verneigen wir uns vor ihrer Schönheit und überlassen uns dem Wohlgeruch ihrer überschäumenden Fülle. Wie von selbst vergessen wir alles, was um uns herum ist, sind nichts als Augenblick glückselige Gegenwart. Die Zeit scheint stillzustehen. Selbst unser Verstand ist hin und weg von dem Anblick der Millionen Blüten und schweigt. Wir sind reine Empfindung, inniges Gefühl. Weder bemerken wir den Fahrradfahrer, der anhält, um die wogende Pracht zu fotografieren, noch hören wir das aufgeregte Klicken seines Handys. Und als wäre der Blick in diese so üppig blühenden Bäume nicht Glück genug, fährt ein sanfter Windhauch, ein leichter Atemzug nur in die Zweige, bewegt sie unmerklich und lässt dabei, wie in einem Anflug von Heiterkeit, Blütenblätter auf uns herabrieseln. Jede Menge Blütenblätter. Wie rosafarbene Schmetterlinge umtanzen sie uns, die wir ganz selbstverständlich unsere Hände öffnen und zuschauen, wie sich einige der Zartgliedrigen hineinlegen. Die anderen flattern zu Boden und legen sich uns zu Füßen. Die Kirschblüte, berauschende, begeisternde Pracht, die uns Jahr für Jahr zum Verweilen, mehr noch zur meditativen Betrachtung einlädt. Lächelnd erinnert sie uns daran, die Schönheit der Natur, diese Quelle allen Lebens zu feiern. Da sie eine überaus flüchtige, kurzlebige Erscheinung ist, dürfen wir unser Rendezvous mit ihr nicht unnötig hinausschieben. Denn wenn wir zu lange zögern, weil wir immer noch etwas Wichtigeres zu erledigen haben, als ihr zu begegnen, dann könnte sie bei unserer Ankunft bereits entschwunden sein, die Schöne, verblüht, verloschen. Chance verpasst, heißt es dann. Da sind auch die Erinnerungsschnappschüsse vom letzten Jahr kein Trost. Denn nur das unmittelbare Erleben macht wahrhaft glücklich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die völlige Hingabe an das Gegenwärtige durch unser ständiges Fotografieren regelrecht verlernen. Letztens erzählte mir eine Klosterschwester, die in Rom gewesen war, dass sie niemals zuvor so viele klickende Handys wie in der Sixtinischen Kapelle gehört habe. Keiner der vielen Besucher habe den Anblick der bemalten Decken andächtig genossen, weil alle mit Fotografieren beschäftigt waren. Und das Erstaunliche daran, hatte sie augenzwinkernd hinzugefügt. Wenn man diese Leute später fragt, wie ihnen die Deckengemälde von Michelangelo denn eigentlich gefallen haben, dann sagen sie, ach, die Fotos von Rom, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das Schöne an der Kirschblüte also, dass sie ihren tiefen Zauber nur im Genuss des Augenblicks entfaltet. Natürlich haben wir die Möglichkeit, uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von ihrer allzu vergänglichen Pracht zu machen, können sie fotografieren, malen, filmen, was auch immer. Trotzdem können wir sie nicht festhalten, nicht besitzen. Wir können sie nur erleben, erfühlen, mit allen Sinnen verkosten. Und das auch nur, wann es ihr gefällt. Denn sie lässt sich nicht planen, nicht einspannen, nicht festlegen und schon gar nicht in unseren Terminkalender eintragen. Wenn sie da ist, ist sie da. Und mit ihr der Duft von Glück. Das war's von mir. Dankeschön und tschüss. In Japan wird das Ereignis dieser so besonderen Blüte als Hanami gefeiert, als Kirschblüte. Was ist denn jetzt wieder?